Wir sind in Wien tief betroffen, dass eine Person in einer Schule, ein Schulwart, auch tot aufgefunden worden ist. Das ist wirklich dramatisch für alle, für die Familien, mit denen ich vollstes Mitgefühl habe, aber auch für alle, die in Wien Verantwortung für den Bildungsbereich haben. Es ist eine Zeit auch der Trauer, es werden alle Wiener Schulen auch mit schwarzer Fahne beflaggt und vor Ort an der Schule gibt es ein Interventionsteam, das mit der Schule auch diesen Fall erarbeitet und ich hoffe, dass die Polizei hier auch rasch die Ermittlungen beenden kann.